Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin's, Henni, und heute wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Und einige haben mich gefragt, hä, auf dem Handy? Wie kannst du auf dem Handy spielen? Ich hab Horse Riding Tales mir auf Blue Stacks, man sieht's hier unten gerade, Horse Riding Manager wurde aktualisiert, ich hab's auf Blue Stacks mir installiert und es läuft auch auf meinem Handy, was ich mega, mega cool finde. Und so kann ich auf dem Handy und auf dem PC spielen, was ich richtig cool finde. Ich hab heute Morgen schon, oh, oh ja, genau, wir müssen zweimal Wood abbauen, genau, ich kann mich erinnern. Oh, das war's schon, literally zweimal. Nice, you now have some wood in your inventory. Yup, hab ich. Nathan, I saw a lot of wild horses around the school. Ja, wir haben ganz viele Wildpferde gesehen. Wir können eins zähmen, sagt der Nathan. Und wir so, oh, wirklich? Ja, wir müssen nun den Orb craften und sein Großvater hat gesagt, dass die aus Holz, Eisen und aus Baumwolle bestehen. Und er fühlt sich ein bisschen komisch, das uns zu sagen, aber er hat ihm irgendwie immer geglaubt. Und jetzt müssen wir ein weiteres Pferd zähmen, das sollten wir definitiv auch hinbekommen. Und Leute, in 13 Minuten ist die nächste soziale Quest. Ich hab heute Morgen mit dem Handy schon eine soziale Quest gemacht. Mit dem Handy, mit der Steuerung, da komm ich überhaupt noch nicht klar im Moment an. Und da hab ich mich mega angestellt und hab nur ein paar Äpfel und ein bisschen Geld bekommen. Weil ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben, dass ich die soziale Quest machen muss, dass ich mir eins der Pads kaufen kann. Weil hier sind die ganzen Pads und ich hab im Moment noch keins. Und man kann hier ganz, ganz viele verschiedene, süße, kleine Haustiere kaufen, Leute. Der Raccoon ist mega oder der Wolf oder das Schweinchen Edgar. Oder der, oh Gott, Leute, mir ist es eigentlich vollkommen egal. Ich möchte einfach nur ein kleines Pet haben. Aber ich hatte komplett reingeschissen, weil ihr seht, ich habe null. Und, oh, der sieht aus wie der Fuchs von Starstable, den die quasi für 5000 Starcoins damals verkauft hatten. In Anführungszeichen 5000 Starcoins, Leute. Dann müssen wir mal gucken, ob wir genügend Orbs haben. Wir haben zwei. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Wir nehmen jetzt mal vier. Und dann müssen wir das Pferd einfangen. Oh, jetzt, oh, zwei brauchen wir nur. Okay. Ja, wunderbar. Das ist doch, das ist doch perfekt. So, jetzt grabben wir uns das Pferd. Dann haben wir schon zwei Pferde, Leute. Das ist doch nicht schlecht. Das ist der mit den roten Augen, oder? Der sieht mega nice aus. Hi. Na? So, was müssen wir denn machen? Müssen wir den in den Pen packen? Ich glaube schon, weil wir haben ja keinen zweiten Stall, Leute. Ah, er ist sehr beeindruckt von uns. Und das Pferd braucht natürlich auch seinen eigenen Stall. Und wir können ihn nicht so lange im Peddock lassen, weil ansonsten rennt das Pferd weg. Das wissen wir schon. You like a natural. I've been admiring you. I mean, I've seen you with your steeds. Ach Gott, er ist so süß. Ich glaube, er ist in uns verliebt. Verliebt, weil du verheiratet. Er findet uns einfach klasse. Oha, wir können jetzt schon zu Joe Jumping gehen. Das ist krass. Und sie freut sich einfach mega. Also wir, die Holly, freut sich mega. Wir können aber nicht mitmachen, weil wir nicht das Geld dafür haben. Und er sagt, es ist nur 300 Gold. Wenn wir hart daran arbeiten, dann können wir uns das leisten. Und oh mein Gott, wir sind Level 3. Ja! Leute, den hätte ich hier gerne. Das ist eigentlich das Pferd, das ich gerne hätte. Das heißt, wir holen uns jetzt das Pferd. Ich weiß aber jetzt natürlich nicht, ob ich das Pferd auch noch im Stall lassen kann. Das weiß ich nicht. Aber wir holen uns auf jeden Fall jetzt den kleinen Buben noch. Und dann gucken wir mal, was unsere Aufgabe ist. Craft Saddle und Rope. Und wir müssen in unsere erste Championship gehen. Okay. Oha! Und dann ist die soziale Quest da. Und hier ist schon das erste... Ah! Hilfe! Okay, wir haben schon einen gesammelt. Und ich kann mich nicht drehen. Ich kann mich nicht drehen. Ich kann mich nicht drehen. Ich bin hysterisch. Genauso lief es tatsächlich auch heute Morgen ab. Dass ich einfach ständig gegen irgendwelche Sachen gerannt bin. Komplett hysterisch war. Und ja, dann war ich nur... Oh, hier ist noch einer. Nein, 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 genau. Und wenn ich das nämlich nicht ganz schaffe, dann kann ich das nicht einsammeln. Und ich habe noch nicht wirklich rausgefunden. Weil es muss ja irgendwie etwas geben, was das Ganze ein bisschen leichter macht. Dass man einmal so rumgeht. Das habe ich aber irgendwie noch nicht gecheckt, Leute. Wir probieren es jetzt zusammen. Und vielleicht schaffe ich ja dieses Mal das einigermaßen. Oder auch nicht, Leute. Aber es sind natürlich immer so mega viele Leute da. Wie soll man denn besser sein wie die alle? Die das wahrscheinlich schon zeigt. Ich weiß nicht, wie lange machen. Und mein Problem ist auch, ich drifte leider auch immer. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich möchte nicht. Ich möchte. Ich kann mich bewegen. Es ist nicht so einfach, Leute. Aber am Handy fand ich es ehrlich gesagt noch schwerer. Von daher... Oh, hier sind zwei. Schnell! Okay, also Leute, ich brauche Tipps. Ihr seht, so wird es nie in meinem Leben irgendetwas, weil ich es nicht hinbekomme. Gibt es da irgendeinen Weg, den man einschlagen kann, wo man so viele wie möglich einsammelt? Oder ist das einfach nur... Ja, ich hätte jetzt gesagt, Schiedamlack. Hier hinten ist noch einer. Wie lange habe ich noch Zeit? Ich habe noch Zeit, oder? Das Problem ist, ich checke auch nicht, wie lange ich da immer Zeit habe dafür, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier raus? Ja. Hier ist noch einer. Nein, den habe ich jetzt wieder nicht bekommen. Oh, Leute. Sie stellen mich, glaube ich, schlimmer an, wie als ich das erste Rennen gegangen bin, oder? Ja, oder? Da kann man sich schlimmer anstellen, wie als ich das erste Rennen... Da hinten sind noch welche. Wie viele habe ich denn bis jetzt? Oh, ich gebe jetzt die mal ab. So, wunderbar. Aber ich glaube, dass ich die schlechteste bin. Im Moment, definitiv. Ich glaube nicht, dass ich das in irgendeiner Form... Mann, ich möchte so gern so ein Pet, Leute. Ihr habt alle schon Pets, oder? Ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben, ihr habt alle schon Pets. Und ich habe ja erst angefangen und ich hätte auch gern so ein Pet. Und ich bin ja bereit, da Social Quests und so zu machen. Oh Gott, Leute. Also, an was ich mich definitiv gewöhnen muss, ist, dass man hier, wenn man auf Steam... Nicht auf Steam spielt, wenn man auf Plus-Deck spielt, also am Handy quasi, dass man hier immer so rumdriftet. Oh, jetzt stecke ich fest. Das ist, finde ich, so ein bisschen strange. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon ein bisschen besser geht, als wie heute Morgen, Leute. Heute Morgen habe ich wirklich einfach komplett reingeschissen. Okay, ich kriege das hin, oder? Schreibt immer jetzt in die Kommentare, glaubt ihr, dass ich besser bin, wie... Was war ich? 123, glaube ich, war ich heute Morgen. Ich meine, ich bin... Ich kriege vermutlich keine solche... Wie nennt man denn die eigentlich? Diese Orbs, diese Haustier-Orbs. Aber, Leute, es ist meine zweite Social-Quest. Und die kommt, glaube ich, alle vier Stunden, oder? Jeden Tag. Oh Gott. Leute, die Steuerung ist interessant. Seht ihr das? Wenn ich... Ich muss immer gegenlenken. Wenn ich nicht gegenlenke, dann drifte ich in irgendwelche komischen Richtungen. Ich habe das noch nicht perfektioniert. So, wie lange habe ich denn noch? Ich hätte gesagt, wir begeben uns jetzt mal langsam, aber sicher wieder dahin, dass wir wieder ein paar abgeben können. Nicht, dass die Social-Quest... Ach, hier unten, glaube ich, sieht man, wann sie vorbei ist, oder? Ja, ich habe 300 bekommen. Ähm, das ist nicht schlecht, aber das bringt mir alles nichts, weil ich will ja kein Geld. Also, auch, Leute. Aber, was ich unglaublich gerne hätte, sind diese Orbs. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich, ne, ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, hier sind ganz viele. Ähm, oh Gott, ist die jetzt gleich vorbei? Oh, es kann sein, dass die jetzt gleich vorbei ist, oder? Was passiert, wenn ich das jetzt alles einsammle und es nicht rechtzeitig abgebe? Ja, ja, ich weiß, dass ich das jetzt noch nicht anlocken kann. Aber die Frage, Leute, ist jetzt, die sich mir stellt, wenn ich die jetzt nicht mehr rechtzeitig abgeben kann, weil ich es wieder verchecke, was passiert dann? Dann habe ich dann Pech gehabt? Wahrscheinlich, oder? Ähm, ich finde hier keine mehr direkt. Da hinten sind noch zwei. Die, die, die graben wir auf jeden Fall noch. Ich glaube nicht, dass wir noch lange Zeit haben. Oh, Leute, Hilfe. Aber ich, also, habe es jetzt besser im Griff wie heute Morgen. Aber es sind natürlich jetzt auch mehr Leute online, na, ist klar. Ein paar Sekunden später. Oha, Leute, ich glaube, es ist gleich vorbei. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen, äh, noch gefarmt. Aber ich glaube, dass wir das jetzt schnell abgeben sollten. Denn ich glaube nicht, dass, dass die Quest noch lange da ist. Okay. Das haben wir gar... Also, für meine jetzigen Verhältnisse, glaube ich, war das jetzt in Ordnung. Hier wären noch zwei, nur jetzt ist es leider gleich vorbei. Hier ist, oh, hier wären, hinten wären noch ganz viele. Nur das Problem ist, es ist gleich vorbei. Das heißt, wir, wir versuchen die beiden jetzt noch abzugeben. Vielleicht macht es irgendeinen Unterschied. Oha, ich habe vier Stück bekommen. Leute, ich habe vier Stück bekommen. Habt ihr das gesehen? Ich habe vier Stück bekommen. Aber ich glaube, sie ist gleich vorbei. Oh nein, und hier wären so viele jetzt. Oh, das ist so sad, Leute. Leute, wir versuchen das jetzt noch schnell abzugeben. Wir versuchen die jetzt noch schnell abzugeben. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, glaubt ihr, wir schaffen es noch? Dass wir die abgeben. Ich... Oh Gott, jetzt stecke ich auch noch fest. Jetzt stecke ich auch noch fest. Also, das ist doch nicht dein Ernst, Sandy. Ich dachte, man kann... Also... Kann man da hinten nicht vorbei? So, wir... Jetzt stecke ich wieder fest. Super, super. So, wir versuchen die jetzt noch abzugeben, Leute. So schnell uns unsere Füße tragen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange wir noch haben. Hat uns nichts gebracht. Okay, schade. Schade, Marmelade, Leute. Noch zwei Minuten. Man kann hier draufdrücken. Oh Gott. Ja, das hätte ich auch mal wissen müssen, ne? Dass man hier einfach draufdrücken kann. Hier oben sind noch welche. Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Noch zwei Minuten. Da können wir, glaub ich, noch ein paar einsammeln. Wie lange dauert denn immer diese Social Quest? Dadurch, dass ich natürlich jetzt gerade eben... Oh nein. Nein, 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 nein. Lass mich durch. Lass mich bitte weiter. Ich möchte noch welche sammeln. Leute, ich bin komplett hysterisch, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Hier hinten ist noch mal einer. Und hier... Oh, hier sind ganz viele. Oh mein Gott. Vielleicht kriegen wir ja noch mal welche, Leute. Das wäre nice. Ich meine, wir dürfen halt die Zeit jetzt nicht ablaufen lassen. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, dass wir in time die Sachen noch abliefern. Ich hätte gesagt, wir nehmen jetzt auf jeden Fall die noch mal. Und geben die ab, auf jeden Fall. Dann, was man hat, das hat man. Okay, das hat nichts mehr... Nichts mehr gegeben. Okay. Wie viel haben wir noch? Eine Minute. Oh Gott. Das ist ja schlimmer wie jedes Rennen. Was für ein Stress. So, hier hinten sind noch welche. Oh nein, den habe ich nicht bekommen. Wenn man, wenn man da nicht direkt drauf reitet, dann bekommt man die nicht. Das ist aber, glaube ich, einfach etwas, was man lernen kann, definitiv. Ich drifte nur leider immer so ein bisschen, ein bisschen weg. Wie viel habe ich noch? 33 Sekunden. Oh Gott. Leute, 33 Sekunden. Die Frage ist jetzt, schaffen wir die beiden hier hinten noch? Ne, drei sind es. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die schaffen. Seht ihr das? Ich drifte immer so ein Stückchen... So ein Stückchen nach rechts. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Ach, jetzt drifte ich nach links. Ist ja interessant. So. Und jetzt noch abgeben, bitte. Lauf, schneller. Nein! Wir haben es nicht mehr geschafft. Ach, wie süß, das sind kleine Tiere. Guckt mal. Der rennen drei Tiere hinterher. Kann man mehrere Tiere? 131. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wir haben vier von diesen Orbs bekommen. Wie schafft man denn 416? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Wie schafft man 416? Und gibt es da irgendwie, weil ich habe jetzt 99 gehabt, hätte ich bei 100 wieder einen bekommen? Weil das erste Mal, als ich das gemacht habe, hatte ich 69. Falls ihr das wisst, ne? Vielleicht gibt es ja so eine Staffelung. Das wäre jetzt mega traurig, wenn es jetzt bei 100 quasi einen mehr gegeben hätte oder so. Schreibt mir doch bitte einfach mal in die Kommentare. Ich bin absolut planlos, aber es macht mega Spaß, Leute. Und wir haben unsere ersten vier Orbs für die Haustiere bekommen. Dann hätte ich aber gesagt, war es das für dieses Video. Und beim nächsten Mal müssen wir uns dann Settel und Championships widmen. Und wenn wieder eine Social Quest verfügbar ist, wenn ich filme, dann machen wir die natürlich auch wieder. Aber ich werde definitiv auch die ein oder andere Social Quest natürlich dann am Handy machen. Und mal gucken, ob ich meinen Skill einfach ein bisschen besser bekomme, Leute. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!